Mit Dino Park Primeval Zoo hast du deinen eigenen prähistorischen Zoo immer auf dem Smartphone oder Tablet mit dabei. Gute Neuigkeiten für die, die sich ihren Park mal auf einem größeren Bildschirm anschauen möchten. Mit unserer neuen Browser-Version kommt die bunte Dino-Welt nämlich jetzt auch auf den PC. Und das Tolle dabei ist, du kannst deinen Spielstand mit einem Opias-Account verknüpfen und dann von jedem Gerät aus weiterspielen. Öffne dazu einfach unsere Website www.opias.com und melde dich dort an, falls du noch keinen Account hast. Merk dir deine Zugangsdaten aber gut, die brauchst du gleich nochmal. Gehe jetzt in der App links oben auf das kleine Zahnrad-Icon, um in die Einstellungen zu kommen. Hier kannst du dich mit den Daten von gerade eben einloggen und den Spielstand mit deinem Opias-Konto verknüpfen. Das ist zum einen super praktisch für diejenigen, die zwischen App und Browser hin- und herwechseln wollen, aber auch viel sicherer. Wenn es mal ein Problem mit deinem Gerät gibt oder wenn du deinen Spielstand auf ein neues Gerät mitnehmen möchtest, kannst du ihn mit deinem neuen Opias-Account jederzeit wiederherstellen.